Meine persönliche Verbindung, ganz viele Hörspiel-Kassetten. Unsere Fragezeichen ist einfach so eine große und tolle Marke, die wir aus unserer eigenen Kindheit noch kennen. Zuschauer können ein spannendes Abenteuer für Jung und Alt erwarten, mit niffligen Rätseln. Spannung, eine ganz neue Story und viel Spaß. Film für die ganze Familie, für Oma, Opa, Kinder. Ja, ein neuer Fall von unseren geliebten drei Detektiven für Jung und Alt. Ich will nicht zu viel verraten, aber es spielen so drei Detektive eine Rolle, die halt einen Fall lösen müssen. Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Storys und den Bildern unserer Zeit. Ja, dieser Tag ist bald vorbei und im Moment sind wir noch Hype. Denn für Memories und Storys haben wir zum Glück noch bisschen Zeit.